Hallo zusammen, ich habe gedacht, heute mache ich mal ein Video über meinen YouTube-Kanal, wie es gerade läuft. Und zwar läuft er jetzt seit vier Wochen, also morgen vier Wochen. Und jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch mal, wie die Zahlen dahinter sind, wie das jetzt gerade läuft. Google, der ja der Besitzer von YouTube bzw. Alphabet, analysiert ziemlich genau, wer wann wie viel schaut und alle sonstige Daten. Und das finde ich schon noch praktisch. Und jetzt würde ich das gerne anschauen, dass ihr mal ein wenig seht, wie schnell man Erfolg, also Erfolg. Ich sage mal, das, was ich jetzt habe, ist normal, wenn du genug Videos Output machst, dann sind das normale Zahlen. Also ich habe nach dem Monat, habe ich schon fast 1000 Minuten Wiedergabenzeit, also meine Videos sind jetzt fast 1000 Minuten lang geschaut worden. Ja, das ist okay. Mein Ziel ist, dass ich mehr als eine Stunde pro Video habe. Das ist das erste. Also jetzt habe ich glaube ich 25 Videos. Und ja, ich möchte darum 25 Stunden haben. Bis jetzt. Und das nächste Ziel, das ich möchte haben, ist, dass ich jedes Video mindestens eine Stunde habe, wo ich neu hochladen werde. Dann habe ich eine durchschnittliche Wiedergabezeit, die ist sehr schwankend, ist jetzt momentan fast bei knapp 2 Minuten. Also meine Videos werden so nach 2 Minuten wieder abgestellt. Man sieht bei der Wiedergabezeit, in der letzten Zeit ist sehr viel angeschaut worden. Ich möchte auch bei der Aufrufe, da habe ich ja über 500 Minuten jetzt und das ist ziemlich weggegangen in der letzten Zeit. Da liegt daran, dass ich meinen Kanal sicher auf Facebook teilt habe, dass ich Videos über andere YouTube-Videos gemacht habe, die bei anderen in den Kommentaren geschrieben habe. Ja. Dann was sich sonst noch verändert hat, ich komme immer mehr positive Bewertungen über. Heute 2, dann, oder 3 sind da, glaube ich. Ähm, negative Bewertungen habe ich bis jetzt eine. Das ist unverständlich, weil meine Videos sind nicht so gut. Das wäre völlig verständlich, wenn ich mehr negative Bewertungen hätte. Dann Kommentare habe ich wenig, neun bis jetzt. Also das sind immer die Zahlen für die letzten 28 Tage. Weil es meinen Kanal aber noch nicht länger gibt, ist da eben fast alles. Ja. Die Zahlen von Analytics, die ich jetzt bin, die sind nicht immer voll aktuell. Aber so ganz okay, als Orientierung. Dann 6 Mal sind die Sachen geteilt worden. Davon bin ich 1, 2, 3, 4... Mindestens 4 Mal bin ich selber gewesen. Ja. Aber es ist schon cool, jeder, der teilt, wo nicht ich bin. Das ist super. Also das erwarte ich eigentlich nicht mal am Anfang. Dann Playlists, Video in Playlists, so bin ich bei allen. Ich strukturiere einfach meine Videos und in eine Playlist die. Dass man am Schluss irgendwie alle Vlogs schauen kann. Alle Logikvideos, wie auch immer. Abonnenten habe ich auch Plus gemacht in letzter Zeit. Jetzt zu den Videos selber. Dort habe ich eben wie vorhersehbar bist du aufgedeckt. Da ist ein Video, das hat... Ich glaube da, wo ich es gelobet habe, hat es über eine halbe Million Klicks gehabt. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, ein paar Views zu bekommen. Für meinen Kanal. Da habe ich ein Video gemacht, um es aufklären. Das hat über die Hälfte der ganzen Wiedergabezeit. Also von diesen 978 Minuten geschaut sind über die Hälfte nur bei dem Video. Das sind 500 Minuten sind nur bei dem Video. Da hat auch 238 Aufrufe. Das zweitbeste schaue ich jetzt gerade mal. Das zweitbeste hat 50. Da hat auch 10 Upvotes. Und da hat auch 1 Downvote. Also da gehen wir noch runter. Und dann interessant auch noch eine Wiedergabe zu sehen. Da sind die Vlogs relativ gut darin vertreten. Vor allem Vlog 8 hat mich verwundert. Der ist ganz ok gelaufen. Dabei ist eigentlich ein Standardvlog, welches langweilig ist. Vlog 1 verstehe ich, dass die Leute vielleicht auf Youtube suchen nach Vlogs. Und wenn sie das toll finden, dann sehen sie mich. Schauen sie das 1. Dann gehen sie wieder. Das wurde auch nicht lange geschaut. Ja, ganz ok. Und das nächste ist das Buch. Da ist auch ein Video mit Inhalt von mir. Da habe ich mir auch etwas überlegt im Gegensatz zum Vlog. Das zweite ist wieder so ein Mathe-Video. Also wenn ich ein anderes Youtube-Video aufkläre, das aber nicht so bekannt ist. Da dürfte auch ein paar mehr Views haben. Aber das ist ok. Dann Vlog 6. Das ist der einzige Vlog, wo ich so Ausschnitte aus dem Tag ausgezeigt habe. Und das ist ganz ok gelaufen. Also ja, läuft ganz gut. Dann Rückblick 1. Das ist ein ziemlich neues Video. Das ist cool, dass er da ist. Vlog, Mathe und Konzepte vom Kanal. Keine Ahnung. Das ist nicht so wichtig. Dann wer schaut mich? Sie sagen 84% männlich. Ich glaube nicht ganz. Weil meine Freundin schaut relativ viel. Ich glaube sie ist mehr als 16%. Ja, vielleicht. Ja, aber vorgestern sind es noch 5% weiblich gewesen. Das habe ich noch nicht geglaubt. Ja, 16% könnte jetzt schon mal stimmen. Wo werden sie angeschaut? Auf externe Internetseite oder auf Youtube? Auf Youtube. Ja, und wie man darauf kommt. Über die Suche. Über Youtube-Kanäle. Oder irgend sonst etwas. Ja, das meiste über die Suche und Kanäle. Das ist auch cool. Das sind alle Videos. Da ist auch noch interessant. Das sind alle Videos. Ähm, die online sind. Ich habe bereits gesagt 25 Videos. Davon sind 3. Die sind gar nicht öffentlich. Ja... Von dem her wollte ich gar nicht. 25, sondern nur... 22 Stunden bis jetzt haben. Und so kann ich schauen, zu wie viel Prozent das Video angeschaut wurde. Vorhin habe ich nur gesehen, wie viel Zeit es durch dieses Video verschwendet und wie viele Klicks es gab. Aber wenn natürlich ein Video sehr lang ist und man schaut es drei Minuten lang, es ist aber 30 Minuten lang, dann sind grosse Minuten in den Wiedergaben nicht so wertvoll. Ich möchte eigentlich, dass man möglichst viel von meinem Video schaut. Dann kann man da schauen, welche ich mir gut an. Ganz schlimm ist Sortieralgorithmus, das ist ok, das ist auch sehr schlecht. Auch ganz schlecht ist Logik 1. Da nehme ich an, dass es einfach zu lang ist. Da schaut man nur 2,8% vom Video an. Das ist so, da habe ich eigentlich, das ist qualitativ ok. Und finde ich darum irgendwie schade. Ja, dass da vor allem mit Abstand ein schlechtes Video ist. Was sehr viel geschaut wird, ist Defilog 8. Warum auch immer. Ja. Und Mathe läuft eigentlich immer schlecht. Kann man sagen. Ja. Die ganze Zähle, natürliche Zähle. Da ist 14%. Ok, das sind ja nur 4 Minuten. Da ist es abgeschaut worden. Da kannst du nicht ernst nehmen. Hier oben ist es schon mal relevanter. Da wird anscheinend, wie vorher so ein paar Bisse. Da ist es sehr ineffizient gemacht. Ich kann es gar nicht. Ja, das ist sehr lang. Das ist irgendwie 8-10 Minuten, so 10 Minuten glaube ich. Und man hätte es schneller machen können. Und trotzdem wird es 23% angeschaut. Also die Ante interessiert da wirklich. Das ist lustig. Ja. Auch Vlog 6, also Vlog werden irgendwie angeschaut. Da ist spannend, weil da finde ich eigentlich ist es das einfachste und billigste Video. Also da muss ich am wenigsten können. Und ja. Ja. Äh. Geräte sind auch noch interessant. Mit wann wird meine Videos angeschaut? Und zwar haben wir. Am meisten wird das Handy angeschaut. 54% und dann auf dem Computer. 40% und dann noch ein bisschen Tablet. Und irgendwie ein paar lustige Hände. Sogar auf der Konsole habe ich meine Videos angeschaut. Aber Handy, Handy sicher und Computer. Da ist vielleicht auch Indiz dafür. Warum es ein Computervideo so schlecht ist. Ja. Ich weiss nicht. Vielleicht kann ich irgendwie ein Format machen, das irgendwie auf Handys interessanter ist. Mal schauen. Also dass ich interessante Formate für das Handy machen kann. Ja. Dann. Dann wäre interessant, wenn ich könnte Teilen mit Views. Auf eine Liste zu tun. Geteilte Videos. Ja. Da kann man jetzt da noch. Okay. Da ist nur. Ja. Ja. Da ist interessant, wie vorher sie war. Wie es durch die Nummer geteilt wurde. Ja leider kann ich noch nicht anschauen. Aber man weiss es relativ gut. Also ich kann sagen da am. Ähm. Ähm. Was ist da? Da ist der 27. Und heute ist es anscheinend geteilt worden. 27. Und äh. Und äh. Äh. 1514. Also 27. Und 15. Da sind die Sachen geteilt worden. Und da sieht man jetzt. Sind wir direkt. Ähm. Und zwar. Beaufrufen. 27. Da. Da ist geteilt worden. Da sind die Views angegangen. Und bei 15. Ich habe es selber geteilt. Da sind auch nochmal die Views angegangen. Also wenn man. Videos teilt. Da funktioniert. Wenn ich die auf Facebook poste. Dann wird es geschaut. Wenn ich es nicht poste. Dann wird es. Ganz minimal geschaut. Ja. Das sind mal die. Erste Erkenntnis. Äh. Die ich gezogen habe. Aus dem. Ähm. Aus dem Monat YouTube. Ja. Mich würde es interessieren. Ob euch. Da interessiert. Ihr werdet so Statistiken spannend finden. Zum wissen wie da so läuft. Hinter der Bühne. Ähm. Ähm. Die Zahlen verrate ich sehr gerne. Die kann man sich auch über ein paar Umwege selber besorgen. Von so Kanälen. Aber. Ich finde es einfach noch. Spannend. Da zu sehen. Was. Wie da alles. Funktioniert. Und das doch irgendwie. Vorwärts geht. Man wird belohnt. Sehr direkt. Für Sachen. Die man unternimmt. Für Teile. Und. Äh. Und auch Videos. Dass man eigentlich eine Chance hat. Als kleiner YouTuber. Zum doch irgendwie. Zwei. Drei. Videos. Überkommen. Ja. Also. Bis zum nächsten Video. Ähm. Ich denke im Monat machen wieder dasselbe. Und schaue. Wie sich es dann entwickelt hat. Besuch.